Hallo liebe Leute und ihr kommt zu einem neuen Video von ARK Survival Evolved Jo, wir sind ja immer noch in dem Teil der Insel Und ich werde mich jetzt mal auf Weg machen mit den Wildsekunden hier Und ich werde natürlich Ja, komplett entspannlich Ja, komplett entspannlich Das ist ein Speer Ach, alles schon Ich weiß nicht, wie man möchte wäre eine Brücke Ja, gucken Hm Ups Das ist ja nicht irgendwie fundamental Hier Bauen kann, oder ob das nicht funktioniert Das ist die Handklatsche. schade ich kann sie nicht übereinander bauen dann habe ich einen halben steck ich habe einen halben steck ich habe einen halben steck ich werde mal zu dem Ding da hinlaufen was war das? jetzt hat sich gerade einen Fisch gezogen heftig ich glaube ich suche mir ein Stück Wald und dann baue ich mein zweites Haus vielleicht kann er jetzt hier oh halt kriegstrommel jeder Hut Dinosaurier Turbo Dinosaurier cool ich habe die Möbel ordentlich Echse Stein Sachen Holzluft nein das war nicht schrägst Dach Holzausstieg ich bin ganz klein ich habe gedacht dass wir gar nicht durch das alles was es ist das ist noch ein englisches hier Holzwand wenn ich Spruchwand habe und damit das Holz kleines Bett kleines Beat man sollte doch schon lesen, was da steht naja, wir werden mal ein bisschen wir müssen auf jeden Fall in Wassernähe bleiben das ist ein Elektrobrief die Kaffeein an hier ah, ich auch da kann ich auch nicht mal drauf rein ist das hier Jurassic Park 3 Vieh? ja Jurassic Park 3 Vieh das tun wir nicht da gibt's Affenkirche ist da einer hier? ist der Nett? ja ah, ist da einer ist Nett nur Garnold ja ist klar, Alter nein nein das ist das im das ist einer ich das ist das ist das ist der Oh, oh, oh. Keiner hier gar nicht rutschen, der ist ein Schlimmband. Soll wir den ganzen Wald hier nochmal abhacken. Hier ist so ein dämliches Vieh, ey. Ich kriege diese Viecher eigentlich auch weg. Oh, oh, oh. Und so, ich weiß nicht, wie du es geht. Soll du den Wegstirmen und schläge dich? Oh, oh, oh-oh. Oh, oh-oh. Oh! Oh-oh! Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Killed. Voll eng gefressen. Ist auch klar. Boah, Digga, ey. Ey, macht das keinen Spaß. Kugel, ich bin komplett so anders. Schon wieder so misschießen. Und es kommt einfach an. Ja, ja, verpricht dich. Das heißt, halt. Was ist du denn jetzt für ein... Digga, ich will ja nicht mehr alles töten. Jetzt, ich hab keine Ahnung wie viel. Hier sind wir. Das ist meine Güte. Da brauche ich nicht hin. Da will ich direkt drohen. Das ist meine Güte. Ich hab keine Ahnung wie viel. Ich hab keinen Bock. ich krieg doch meine Sachen nie wieder ich bin nicht langgegangen ich habe einen ganzen Katken spart ich habe immer eine bessere Düstung geholt die entte container Entfernt Das kräft mich auch noch das viel Das kräft mich auch noch Weg du Affe Weg du Affe Der alle sauer sind, das kann man auch noch Du Juuuuuungen Ist das eine Rotze Boah ist da ein Mistspiel Ist halt mir scheißegal Ich brauch mich jetzt hier zu verbossen Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Stein und Stroh Ich habe keinen Bogen mehr 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 hm hm So, ganz schön nervig, wenn man die ganzen Grütze so auf dem Fond, man muss sagen, mal hier. So, ganz schön. 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 Vielen Dank. 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 Oh, zwei Liter. Vielen Dank. 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 Bye... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017